Heute haben wir wieder einmal eine Custom Top-Ten-Liste. Das heisst eine Top-Ten-Liste, die wir spezifisch für unsere Premium-Subscriber machen. Und diesmal sind die Schweizer Unternehmen mit gesunden Anreizen auf der Liste. Also eine Aktienliste von nachhaltigen Unternehmen. Jetzt meint man vielleicht, dass das ein Problem ist. Nachhaltige Unternehmen könnten weniger Rendite erzielen. Das ist aber nicht so. Es gibt absolut keinen Grund anzunehmen, warum eine bestimmte Klasse von Aktien schlechtere Renditen haben sollte als andere Aktien. Denn wenn das so wäre, könnte ja ein gewiefter Investor hingehen und sagen, ich nehme diese Klasse von Aktien, die signifikant anders ist als die anderen, und ich kaufe sie oder ich verkaufe sie, je nachdem, ob diese Renditen höher oder tiefer sind. Aus diesem Grund hat man keinen Renditenachteil, wenn man in nachhaltige Aktien investiert. Das ist für mich etwas ganz Wichtiges. Nachhaltigkeit ist kein Nachteil. Nun schauen wir diese persönliche Top-Ten-Liste an für das Jahr, für den 26. Januar 2018. Die erste Top-Ten-Liste, die wir dieses Jahr gemacht haben. Und es sind die Schweizer Unternehmen mit gesunden Anreizen. Auf dieser Liste sehen wir Richemont, Cunion Nagel, Chivondon, Linton Sprüngli, Nestle. Das sind alles Unternehmen, die gute kombinierte Ränge haben im Schweizer Markt. Und was man sieht, sie haben alle sehr, sehr schlechte Value-Ränge. Mit Ausnahme von Nestle, mit einem Rang von 42, ein Haltenzeichen, noch kein Kaufenzeichen. Aber alle anderen Unternehmen, die ich hier auf dieser Top-Ten-Liste habe, haben wirklich schlechte Ränge. Und das ist ein guter Grund, nicht zu investieren. Denn wenn die Aktien von den Finanzkennzahlen her schlecht sind, dann sollte man vielleicht davon absehen. Für mich ist das relativ logisch, denn die Schweizer Aktien sind heute sehr teuer. Warum ist das so? Über die letzten Jahre ist man immer unsicherer geworden. Und immer mehr Geld ist einfach in die Schweiz geflossen und dadurch sind die Aktienpreise gestiegen und gestiegen und gestiegen. Und zurzeit sind sie wirklich relativ teuer im Vergleich zu anderen Aktien. Für mich persönlich heisst das, ich kaufe heute keine Aktie. Denn obwohl ich weiss, nachhaltige Aktien sind eigentlich eine gute Investition, muss ich auch sagen, dass die Schweizer Aktien jetzt gerade nicht wirklich eine gute Option sind, um zu investieren. Das ist meine Entscheidung. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihrer Entscheidung.